Mein Name ist Enrico und heute geht es um die App SweetCoin. Ach ja, es heißt natürlich SweatCoin, nicht SweetCoin. Das ist eine sogenannte Schrittzähler-App und die im Prinzip belohnt euch für jeden Schritt, den ihr macht. Und wie das aussieht, wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und öffnen. Enrico. Zugriff auf Google Fit Braucher. Also, ins Google Fit. Hat man dies nicht, dann wird das nichts mit dem Zählen. Okay, jetzt geht es nicht mehr mit Deutsch weiter, sondern mit Englisch. Okay, also ich muss ihm erlauben, dass er meine Schritte auch im Hintergrund zählt. Er nutzt nicht meinen Standort, sondern, ja, weiß ich auch nicht, wie er das macht. Auf jeden Fall zählt er meine Schritte im Hintergrund. Okay, Handy-Nummer ist der Schlüssel zur SweetCoin-Geldbörse. Hat der Code geschickt. So, da ist er auch schon. 14,95. So, die E-Mail-Adresse. 0,95 SweatCoin, also, ich schätze mal 95 SweatCoin-Cents. Das sind etwa 1.000 Schritte, also, 1,1 kompletten SweetCoin sind mehr als 1.000 Schritte, so. Dein Guthaben zu erhöhen, fange an, im Freien zu laufen. Dann werden wir mal aufstehen und uns ein bisschen bewegen. So, also, Schritte werden nicht gezählt. Warum das? Geht ja schon wieder gut los. Okay. Jetzt zeigt das verzögert an, die Schritte. Also, ich habe 2,95 plus das, was ich gemacht habe. Die 18, 19 Cent jetzt. 19, sehr gut. So. Jetzt haben wir hier unten links sind die Angebote der ersten Woche, beziehungsweise generell Angebote, die man machen kann. 50% Rabatt, etc. Dann hat man hier seine Wallet, also seine Geldbörse. Ausgeben. Boni beanspruchen. Hier kann man Freunde hinzufügen. Und Bonuswerbespots. Also muss ich insgesamt 500 Schritte laufen, dann kann ich den nächsten Bonus freischalten. Bei den unten, bei der Leiste, bei den zwei Leuten, kann man Freunde finden. Unter Kontakte kann man die einladen. und hier unten rechts ist dann das Profil. Und Mover. Holen Sie sich das Troublemaker-Level, um mehr zu verdienen. Preis pro Monat 1,39 Euro. Ob sich das dann lohnt? Na, das werde ich dann mal. Hier steht das. Monatlich 1,39 Euro. 6 monatlich 97 Euro. Jährlich 13,99 Euro. So, man kann es abonnieren und für 30 Tage kostenlos versuchen. Also wir können festhalten, dass es funktioniert. Erzählt die Schritte. Zwar ein bisschen zeitverzögert, aber es funktioniert. Und die werden auch zuverlässig umgewandelt. Pflanze 250 Bäume für 10.000 Sweetcoins. Also 1000 Euro Paypal Cash sehe ich bis jetzt sowas. Andere sehe ich jetzt nicht mit der Auszahlung. 20.000. Und ich bin bei 3,20. Also habt ihr gesehen, es funktioniert. Zeitverzögert, aber es funktioniert. Und ihr habt verschiedene Möglichkeiten, dann diese Coins zu nutzen. Entweder für diese Angebote oder für den Fernseher oder sogar für Paypal. Wobei ihr bei Paypal natürlich dementsprechend dadurch, dass das so hoch angesetzt ist, eine Weile laufen müsst. Vielleicht schafft das auch, ich denke mal, mancher wird das auch in weniger als 34 Monaten schaffen. Das muss man dann sehen. Ich zum Beispiel habe mir jetzt die App ausgesucht, weil ich einfach mal gesagt habe, ich muss mal wieder ein bisschen was tun, mal wieder ein bisschen abnehmen. Deshalb gehe ich jetzt täglich joggen und da lohnt sich das schon, so eine App aufs Handy zu haben. Und wie sich das denn weiterentwickelt, das werde ich ja dann sehen. Mal gucken, wie es dann Ende der Woche aussieht und dann gibt es ein Update. Also bis dahin momentan von mir 4 von 5 Sterne. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like nach oben da, also Daumen nach oben. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020